wir sind im pro modus das freut mich 13 von 16 spielern wir haben auch ich glaube das sind bis jetzt auch alles nur leute aus dem discord oder wir sind schon spielzeugkiste ich habe das gar nicht gekriegt ist nicht schlimm ich große schöne spielzeugkiste aus holz die spielzeugkiste aus hölz ich baue meine schon aus holz nein ich baue meine aus holz du brauchst du dein aus diamant ja ok stellings war ich wirklich da lange schreibt blog item warum auch immer sie das tut ja das ist ronja dass du musst zwischen den zeilen lesen der blog schrägstrich item musst du so dann muss sie denken was meint sie damit was möchte sie damit sagen wie gedichtsanalyse früher im deutschunterricht und ja du verstehst das nicht das ist das ist ganz simple rhetorik sie wollte auf die mischlinien ja die wollte einfach wegen der klimaerwerbung lexikale kennen sie nicht ganz aus naja die kennen sich perfekt aus ich mache eine perspektivische perspektiv ich versuch es ne ist das aber hässlich ja wir treffen uns ja demnächst eigentlich oder morgen oder stein übermorgen 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 das ist korrekt warte wollen wir eigentlich am montag schon den kletterpark gehen wenn da gutes wetter ist das doch nicht gesagt was ich mache tust du es ob das schon wieder weiß achso wir gehen den kletterpark übrigens unter anderem wirklich hätte ich jetzt nicht erwartet er weiß erst mal ein schocker aber du solltest vielleicht nicht sagen wann und wo weil sonst an einem geheimen ort gehen wir in den kletterpark potenziell am montag ich bin mir wunderbar das nicht betreffend irgendjemand da wohnt na als ob da wer wohnt die wissen doch gar nicht in welchem kletterpark weg ich meine ins schwimmbad ist ein kletterpark richtig ich kann mir auch vorstellen dass flott kletterpark ist ja ich bin ein kletterpark war ich habe gesagt ronde vertritt mir die worte du hast gesagt ich kann mir schon vorstellen dass flo ein kletterpark ist nein im kletterpark grund ja warum wirst du denn immer so tobias das finde ich nicht schön ich versuche gerade ein kuscheltier zu bauen aus der wolle aber es klappt leider gar nicht gut ich bin doch bei meiner kiste dran ja die kiste habe ich schon ich bin euch weit voraus nein bist du nicht ich den naja das ich sagt nein ok nein zu nein atomkraftwerk nein zum atomkraftwerk gott das sieht aus wie ein monster ist doch schön oh meint sieht auch dezent komisch aus muss ich wirklich sagen ich bin hier noch an was dran das ist das wird noch okay das sieht jetzt vielleicht am anfang erst mal fraglich aus aber das kommt noch warte mit augen hat man mit diesen komischen options war das richtig irgendwie ging das ja auch gesagt sieht noch fraglich aus aber ja manchmal ist so manchmal denkt man sich aufschlagen aber er liegt am boden einfach nur mal drauf treten ja er liegt ja nicht am boden das ist jetzt ja eine lüge also das ist ja ja das kommt das wäre jetzt aber auch so gemein bist du nicht du trittst eigentlich nicht also so ich trete nicht naja nein du spuckst nur selten mein freund sagt ich bin weiße ach so ok warst du eine von den haare reißern nein ich war keine haare reißerin also bitte das war dann weißt du wenn du bekämpft hast du ohne haare reißen bist gekämpft ok bei der mülltonne ohne treten und haare ziehen ok also ich weiß nicht wie ihr das mit den bannern immer macht so dass es gut aussieht aber das sieht einfach das sieht nicht gut aus ich bin ganz ehrlich ich bin die ganze zeit an der kiste dran das ist ein kuscheltier same top same aber top das heißt nicht schlecht dass wir geben uns wieder bei der kiste ja wahrscheinlich nur eine box ja nein was nein offensichtlich ja wohl nicht was gibt es denn was sieht denn aus wie spielzeug ich mache zum tiger der hier raus hängt wie zur hölle machst du das ok weißt du was ich klaue deine idee ich mache auch einen tiger ich bin ideen klauer ich mache pass auf ich mache wir versuchen mal ob wir hier einen tiger hinkriegen dass das kuscheltier ist zu zent zu verstören leider egal wir lassen es da content weil da ist die kiste voll ist wichtig das ist wichtig dass du das gehört hast ja mein tiger ist momentan auch noch unförmig aber der wird sich noch prächtig entwickeln sag ich da was machen wir hier was machen wir hier hier machen wir noch ein bisschen boden weil das schlägt ja sonst fast im boden aus was da hat und mit so was müssen wir tagtäglich deal damit dass jeder mal mitkriegt das sind die witze die er so macht gestern war ich in der aufnahme da haben sie einfach fünf minuten lang geblubbert das ist kein witz ja was denn dass mich von ja ist das ist meine einstellung wie macht man den ohren mit einem banner du kannst keine ohren machen weil du eh nicht zuhörst jetzt einfach mal vier minuten ich habe nicht so viel erreicht bis jetzt bin ich ganz ehrlich die anderen sagen auch sind verzweifelt das ist nicht als tiger erkennbar aber die leute wissen dass es tiger ist ich gesagt habe ich klaue deine idee nein doch nein so doch 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 eins gegen eins im kletterpark in dem wir potenziell gehen am montag wenn gutes wetter ist vielleicht ja so ein schöner tiger also ich glaube montag ist der einzige tag an dem wir noch können möchte ich nur mal anmerken das ist aber ein schöner tiger das ist vielleicht ist es einfach ein fantasie stoppt das muss man ja auch manchmal das macht das kann man den nonz noch machen ich werde loslassen noch bauen nein flo machst du nicht die zeit ist auch gerade ein bisschen knapp bei mir ja ja du bist so ein profi bauer was ist da los was ist da passiert ich baue jetzt nur diese kürze ein diese buchstabenkürze okay okay das macht das nahe röchsen macht man nicht niesen ist in ordnung nein und ja niesen ist jetzt okay leute merkt euch niesen ist verboten ja niesen bitte habt das immer im hinterkopf niesen ist nicht in ordnung niesen darf man nicht sagen weder sagen noch machen ja stoppt wenn ihr schon mal genießt habt dann gott ist das herzlich egal ist vielleicht die nase kann man irgendwie auch ich wollte nicht lange noch haare machen hat irgendwas schnurhaarkonsistenz ich weiß nicht was es für minecraft items gibt das ist mein problem okay wir setzen jetzt den untergrund auf was musste man noch mal ziehen meiner ist einfach nur für oh meiner hat keine pfoten deswegen sieht er so merkwürdig aus was braucht man denn noch so ein spiel ist einfach quasi eine schlange dass du sagst da hat er hier so seine pfoten ja das ist das ist wirklich also das finde ich ein wenigstens ein bisschen zeit ja da können wir wenigstens mal so ob es kein orangenen konkret gefunden deswegen habe ich jetzt hier mit orangen jetzt hast du ihm auf eine idee gebracht von hier hast du gut gemacht noch ja da musste elefanten in 30 sekunden brauchst du ein elefant das glaube ich dir nicht was ist das hässlich warum ist das so hässlich warte ich noch mal bauen gibt es noch furchtbar warte mal wir machen jetzt hier noch aus wolle in 15 sekunden oh gott ist das leider hässlich das ist ein ball okay jeder der das jetzt sieht und sich denkt oh was ist der block meint geht eigentlich okay okay ich sag ist es gut das ist gut gott ist mein gesteckt der tolle junge wahrscheinlich oder wenn er das schreibt oder design zum vergleich er hat richtig guck mal er hat eine richtige kiste mit deckel ist nicht das schild das schild nein ihr habt ein deckel das ist schon passiert ich mag dies ein wahren um die kiste ich kann es leider nicht lesen ihr habt richtige kisten gebaut was du geboren das ist so eine art offenes konzept die kiste hat auch keine kiste gebaut jetzt sagt er alle bauen die truhe ich habe ein schild und schwert gemacht eben es heißt spielzeugkiste ist gut ich will nicht dass meines gezeigt wird okay das finde ich jetzt nicht so gut oder warum sind da kinder dann also wahrscheinlich puppen oder ok menschen drin leute was passiert dass ich frage mich welches von tops ist die waren ein meisterwerk ein meisterwerk hast du das gewaltige schlange und das ist dies finde ich nicht gut die finde ich leider super kacke doch jetzt nicht schlecht elefant habe ich 30 umgebaut das ist einfach nur ein großer block sicher ein solcher zu kämpfen okay höchste karpfen stetig käschen richtig was nicht ein stop wo steht das ich habe ich habe es schon okay gegeben aber sonst hätte ich super car natürlich geben das ist klar feität ist klar ob sie mit doppel hat mit dem wie bedroh spielzeug ist keine kiste das grüne das kenne ich aber auch das kriegt die kiste rein floh ich gebe okay aber ich gebe auch das flugzeug ist ganz cool ja ehrlich ich habe das gar nicht erkannt als flugzeug ich war mehr so ist das eigentlich aus plastik ja die kiste ist nicht schlecht was ist das der denkt er kann sich hier gute votes ergaunen weil er floh baut aber leider das ist mir keine spielzeug ist deswegen gebe ich super kacke freut hashtag top stinkt das darfst du nicht du darfst dich hier nicht kaufen lassen ja das ist aber typisch immer diese schleimer siehst du immer diese schleimer da kann ich nur zustimmen hier haben wir alle haben richtige kistlinge obwohl nicht der hat auch keine kiste spielzeug ist ist da irgendwo spielzeug könnte ich könnte mir vor ach so ich glaube vielleicht ist das irgendwie falsch übersetzt oder vielleicht ist das so kennt ihr diese achterbahn wo man so drehen muss also dann wenn man in dieser tasse drin ist und die dreht man in der mitte wo man dann sicherlich immer schneller dreht es tut mir leid aber kennt ihr das nicht aufgeschwindener basketball das hat mir jetzt nicht so gut gefallen das tier sieht cool aus was so ein kirby ist okay da kriegt echt gut das echt gut gebaut da gebe ich da gebe ich ein legendary für sogar so gut ist es gebaut auch der ich glaube ich gebe ich bin gut hierfür oder jetzt kommt ja auch die kiste ja danke gar nicht gar nicht das monster sieht irgendwie scary aus ich werde das ist von der tolle junge ich sag also dass das grüne sieht druselig aus aber auch witzig das grüne ist ein T-Red Bilder war KZN385 oh Gott was ist das? Ah das sieht Profis nicht aus ich werde das von Anthony Anthony spielt er mit Anthony ist der bei uns einiges Mittel was soll das denn sein da ist also da ist nichts ich sehe da keine Substanz ja das kriegt ganz gut ich gebe gut weil es gut aussieht aber ich weiß also ist das ein Rüssel ist das ein Elefant weil wenn es ein Elefant ist, ist es gut oh lol rustikale Truhe die Truhe ist gut gebaut aber der Inhalt ist ein bisschen schwer verständlich der Inhalt ist was ist das hier okay das ist oh das ist gut das ist so ein Barney oder was das ist gut das ist gut also die Kiste ist gut aufgebaut ein Schiff ja das kriegt echt gut das sieht echt geil aus das ist so eine Fortnite Truhe oder ich gebe es gar episch weil die Truhe richtig geil aussieht ich gebe aber hey oh what the hell er schreibt jedes mal gut wie Gucci ja guck mal das ist Anthony das ah Anthony ist mein Factory wusste ich ah ja Anthony ist mein Factory wusste ich wusste ich nein wow ja das ist ja schlau also das ist ja Schiebung hier neunter Platz neunte Frechheit ne also ich also Top 3 war wirklich Anthony äh du und ich ja und ich mit meiner Kiste deine Kiste war auch dabei meine Kiste war schön deine Kiste war schön ja meine Kiste war schön aber der Inhalt war leider steh ich hab mich viel zu der Hände auf die Kiste küsse wie für deine Videos oh ah okay Leute ich mach ein Video wenn ihr das Video 10.000 Likes bekommt spucke ich Flo ins Gesicht nein wenn 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 dann schubs ich Flo vom Kletterpark runter also wenn Leute also Bonja schubst ihn vom Kletterpark er könnte auch dir lang gehen er schubst mich selber runter ne oder er schubst sich selber runter ne ihr habt die Wache wir laden Flo wir laden noch Tops ein dann kann Tops alternativ auch noch schubsen ja wir schubsen noch beide Schubs runter schubsen 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 ja gut das war es dann aber auch für diese Folge okay wie gesagt wir schubsen Flo und warum sind hier Diamanten kann man die lupen gut auf wiedersehen tschüss tschüss tschüss